So, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass ich Ihnen heute etwas vorlesen darf. Und zwar zwei Kapitel aus meinen Romanen Die Optimierer und Die Unvollkommenen. Zuerst jedoch Die Optimierer. Und da erzähle ich Ihnen kurz ein bisschen was, damit Sie wissen, wo Sie sich eigentlich befinden. Die Optimierer spielt in München und Umgebung des Jahres 2052. München ist da kein Teil mehr der Bundesrepublik Deutschland, sondern der Bundesrepublik Europa. Und diese Bundesrepublik Europa ist eine sogenannte Optimalwohlökonomie. Das heißt, der Staat zielt nicht mehr darauf ab, dass die Wirtschaft wächst oder dass die Unternehmen besonders gut dastehen, sondern es geht darum, das Optimalwohl der Gemeinschaft und jedes Einzelnen zu optimieren. Und wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert so, dass der Staat alle seine Bürger komplett überwacht und dann eben guckt, welcher Platz für jeden Bürger der beste in der Gesellschaft ist. Und das funktioniert so, dass es sogenannte Lebensberater gibt, die die Leute zu Hause besuchen, die ganzen Daten analysieren, um dann jedem den für ihn besten Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Und nicht umsonst ist auch deshalb die neue Grußformel, die benutzt wird in der Bundesrepublik Europa, jeder an seinem Platz. Also das sagt man zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Das ist quasi die Bestätigung dessen, dass jeder an seinem Platz ist. Und ich lese Ihnen jetzt das erste Kapitel, ein bisschen gekürzt, aus Die Optimierer vor. Wir lernen dort Samson Freitag kennen, der Protagonist des Romans, der Lebensberater ist und heute eine Beratung einer Kundin macht, nämlich von Martina Fischer. Und wie das Ganze funktioniert, sehen wir jetzt. Laut Artikel 2 Absatz 3 Grundgesetz hat jeder Bürger das Recht, den Anspruch und die Pflicht auf einen Platz in der Gesellschaft, der seinen Fähigkeiten entspricht und seinen Neigungen gerecht wird. Das bedeutet, dass jeder Mensch das tun soll, was er am besten kann und was der Gesellschaft am meisten nutzt. Bis vor noch gar nicht langer Zeit war das alles hier eine sogenannte soziale Marktwirtschaft. Wir waren noch vom Wachstum abhängig oder glaubten zumindest davon abhängig zu sein. Doch die Erde ist ein geschlossenes System. In einem endlichen System kann es kein unendliches Wachstum geben. Je rasanter das Wachstum, desto schneller auch sein Ende. Die Maschinerie des Globalismus dreht sich immer schneller. Irgendwann ist alles aufgebraucht. Irgendwann muss der Kollaps kommen. Oder nicht? Wir hatten Glück. Wir haben den Glauben an das unendliche Wachstum gerade noch rechtzeitig abgelegt. Ja, nicht nur abgelegt. Wir haben ihn verboten. Als Samson in die Straße einbog, in der seine heutige Kundin wohnte, fuhr er an ihrem Haus vorbei und hielt einige Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Er parkte nie direkt vor der Wohnung eines Kunden. Das wäre ihm unhöflich erschienen. Und so hatte die Kundin die Gelegenheit, ihn vom Fenster aus kommen zu sehen und noch etwas Staub wegzuwischen oder das letzte schmutzige Wäschestück verschwinden zu lassen. Er hatte noch ein paar Minuten Zeit, also startete er mit ein paar schnellen Fingerkommandos die Beratungssoftware seiner Kommunikationslinse und öffnete das Dossier von Martina Fischer. Samson drückte auf die Klingel am Gartentor. Nach wenigen Sekunden bog Martina um die Ecke und hastete auf ihn zu. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug und eine weiße Bluse. Das gleiche Outfit, wie Samson auffiel, das sie auch zu ihrer Abiturfeier getragen hatte. Als sie Samson erblickte, weiteten sich ihre Augen und sie lächelte. Er bemerkte, dass sie keine Kommunikationslinse im Auge trug. »Jeder an seinem Platz«, sagte Samson. »Herr Freitag, schön, dass Sie da sind. Bring Sie nach oben!« In der düsteren Wohnung bot sie ihm das schwarze Kunstledersofa an, das die einzige Sitzgelegenheit im Wohnzimmer war. Samson setzte sich und rutschte ein wenig zur Seite, damit sie neben ihm Platz nehmen konnte. »Jetzt fangen wir doch einfach mal an. Ich bin Samson Freitag und ich bin hier, weil Sie von rechts wegen einen Anspruch auf Lebensberatung haben. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich keinen Bock mehr rumzuhängen und der Job mit der Schreibmaschine macht mir auch keinen Spaß. Und ich habe gelesen, dass Sie genau das Richtige für mich finden würden. Was haben Sie denn für mich?« Sie blickt ihn erwartungsvoll an. Die Lebensberatung ist eine Dienstleistung, die jedem Bürger und jeder Bürgerin zusteht. Und das zumindest beim ersten Mal kostenlos. »Wenn Sie in die Beratung einwilligen, dann engagieren Sie mich verbindlich und verpflichten sich, mein Beratungsergebnis am Ende anzunehmen, wie auch immer es ausfallen sollte.« Martina nickte langsam. »Der Staat interessiert sich für seine Bürger. Er sorgt sich um ihr Wohl und analysiert alle Fakten, um jedem den für ihn besten Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Dieser Prozess ist sehr aufwendig. Am Ende meiner Beratung bestimme ich den optimalen Platz für Sie. Einen Platz, der die Bedürfnisse unserer Gesellschaft und natürlich Sie selbst zufriedenstellen wird. »Deide, wo muss ich unterschreiben?« »Äh, Moment, nicht so schnell. Sie haben sich die Vertragsbedingungen doch durchgelesen, oder?« »Ja, ja, das passt schon. Hauptsache, ich komme hier weg.« »Das kann ich Ihnen aber nicht versprechen. Am Ende könnte auch herauskommen, dass Sie die Arbeit in diesem Laden für Papier, in der Schreibmaschine, weiterhin machen müssen. Für immer.« »Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Herr Freitag, jetzt überspringen wir doch den ganzen bürokratischen Schmarrn und lassen Sie mich unterschreiben, ja? Jeder an seinem Platz, oder?« »Ja, das stimmt. Wie Sie meinen.« »Was für einen Beruf hättest du denn gerne?« »Ach, keine Ahnung. Ich dachte, Sie schlagen mir was vor.« Martina grinste schief. Den Wechsel vom Sie zum Du schien sie nicht bemerkt zu haben. »Was sind deine Hobbys? Was interessiert dich?« »Ach, keine Ahnung, nix Besonderes. Fernsehen, Surfen, Lesen. Du hast seit zwei Jahren kein Buch mehr gelesen.« »Woher wissen Sie das?« »Wie ich schon sagte, der Staat interessiert sich für seine Bürger. Um dir den besten Platz zuzuweisen, muss ich als Lebensberater natürlich alles über dich wissen.« »Dann wissen Sie wohl auch, welches Buch das war, hm?« fragte Martina herausfordernd. Samson kniff die Augen zusammen, sodass die erweiterte Realität seiner Linse wieder sichtbar wurde. Er hatte noch immer das Dossier von Martina in seinem Blickfeld geöffnet. Nach ein paar Sekunden hatte er die entsprechende Stelle gefunden und sagte schließlich, »Das war für die Abiturprüfung, der Tod in Venedig.« Martina starrte ihn entgeistert an, den Mund zu einem kleinen O geöffnet. »Wenn ich sage, dass ich alles über dich weiß, so kannst du das ruhig wörtlich nehmen. Dieses Treffen dient deiner letzten Klärung. Du als Kundin sollst die Möglichkeit haben, das Beratungsergebnis selbst zu beeinflussen. Nichts kann ein persönliches Gespräch ersetzen. Also, wenn du dir eine Position aussuchen könntest, egal welche, was würdest du machen wollen?« »Na ja, Filmstar oder Sängerin oder sowas, das wäre schon toll. Und jetzt was Realistisches. »Wieso ist das nix Realistisches?« »Du hast weder eine Schauspielschule besucht, noch Gesangsunterricht genommen. Du hast nie irgendwo in einem Theater gespielt, dich für ein Casting beworben oder sonst irgendwas für eine solche Karriere getan. Ich weiß das.« »Vielleicht hat man mich einfach noch nicht entdeckt.« Samson räusperte sich. »Etwas anderes.« »Manager in einer großen Firma, das könnte ich sicher gut.« »Etwas anderes.« »Dann vielleicht Lehrerin?« »Dabei brauchst du eine entsprechende Ausbildung. Warum hast du dich nicht in den letzten zwei Jahren darum bemüht?« »Na gut, dann halt Pilotin. Ich hab schon ein paar Flugsimulatoren gespielt und ich hab keine Höhenangst.« »Martina.« »Wir sollten unsere Zeit nicht mit so einem Unsinn verschwenden.« »Das hier ist eine seriöse Beratung.« »Glaub mir, ich kenne alle Leistungen, die von dir in irgendeiner Weise dokumentiert wurden.« »Und offen gesagt gibt es nichts, das dich in besonderem Maße auszeichnet.« »Alles, was du bisher vorgeschlagen hast, kommt für dich nicht in Frage.« »Wenn es aber etwas gibt, das dich wirklich interessiert, etwas, das du richtig gut kannst und bisher einfach nur verheimlicht hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit rauszurücken.« »Das ist deine letzte Chance, es in Zukunft zu etwas zu bringen. Es geht dir immerhin um dein Leben.« Martina senkte den Kopf und starrte auf ihre Finger. Ein Tropfen fiel darauf und zerplatzte. Sie begann leise zu schluchzen. Samson seuchzte und tätschelte ihre Schulter, woraufhin sie sich umdrehte und die Arme um seinen Hals schlagen. »Ich weiß nicht, was ich machen soll, der Freitag. Mir ist einfach immer langweilig. Ihr hattet so gehofft, dass Sie mir helfen könnten, dass Sie mir was Tolles anbieten würden.« »So wie die Aktenlage ist, kann ich dir leider nichts Tolles anbieten, weil es keine Arbeitsstelle gibt, zu der du passt,« sagte Samson und drückte sie sanft, aber bestimmt von sich. »Sag du mir, was dich interessiert. Und vielleicht finden wir doch etwas. Du musst dich jedem besser verkaufen.« »Ich muss mich verkaufen?« sagte Martina und rieb sich die Augen. Ihr Gesicht war rot und noch aufgequollener als zuvor. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Nase und schniefte. Nach kurzem Zögern blickte sie Samson wieder an. »Sie sind sehr nett, Herr Freitag. Sie haben schöne Augen und auch Ihre Krawatte ist ganz toll.« »Ja, schon in Ordnung. Wichtig ist, dass wir zu einer Lösung für dich kommen. Hilf mir dabei.« »Sagen Sie mir doch einfach, was ich tun soll. Vielleicht entdecken Sie ja, für was ich Talent habe.« Während sie das sagte, legte sie eine Hand auf Samsons Oberschenkel. Er sah auf die Hand und wusste nicht zu Recht, was er damit anfangen sollte. Nach ein paar Sekunden wanderten die Finger langsam an seinem Bein hoch in Richtung Schritt. »Moment!« Samson nahm Martinas Hand und legte sie mit Nachdruck neben sein Bein auf die Couch. »Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich bin hier als dein Lebensberater. Wir sollten uns darauf konzentrieren, einen Job für dich zu finden.« »Aber Sie können mir doch einfach einen Job zuweisen, mit dem ich aus diesem Kaffee rauskomme. Alles wäre besser als die Schreibmaschine.« Dabei legte Martina wieder ihre Hand auf seinen Oberschenkel, diesmal noch näher an seinem Schritt. Samson fühlte, wie die Wärme ihrer schweren Hand durch den Stoff seiner Hose tragen. Er starrte sie ungläubig an. Sicher, es war nicht das erste Mal, dass eine Kundin versuchte, mit unlauteren Mitteln das Beratungsergebnis zu beeinflussen, aber nach allem, was er über Martina Fischer wusste, hätte er so etwas nicht von ihr erwartet. Die nahm sein Zögern wohl als schweigende Zustimmung auf, denn sie schob ihre Finger weiter in Richtung von Samsons Reißverschluss, beugte sich etwas nach vorn und »Martina!« rief er scharf und sprang vom Sofa auf. Sie saß da wie versteinert und starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. Er räusperte sich, richtete seine Krawatte und sagte, »Martina, du bist eine attraktive junge Frau, aber wir sind hier bei einer seriösen Beratung und nicht in einer Doppelherz-Einrichtung.« »Oh, Freitas, es tut mir so leid, ich wollte...« »Kein Problem. Missverständnisse passieren, machen wir einfach weiter.« Er hob die Augenbrauen und verzog die Lippen zu einem schmalen Strich. Dies war sein Lächelnummer 13, das selbstsicher und gelassen wirken sollte. Dann setzte er sich wieder zu ihr, diesmal aber mit etwas mehr Abstand. »Ich werde jetzt alle deine Informationen mit der Beratungssoftware analysieren und dir dann das Ergebnis mitteilen oder gibt es noch was, was du mir sagen möchtest?« »Nein«, flüsterte sie und sah zu Boden. Samson startete die Analyse-Software seiner Linse, gab die letzten Informationen ein und erledigte noch die notwendigen Formalitäten. Dann sagte er, »So, Martina, ich bin dein Lebensberater und in dieser Funktion kann ich dich nur beglückwünschen. Du darfst in die Kontemplation.« Martinas verschämtes Lächeln gefror, ihre Augen verengten sich zu schlitzen. »Von der Arbeit hab ich ja noch nie was gehört.« »Das ist keine Arbeit, im Gegenteil. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich keinen Arbeitsplatz für dich.« »Wie, sie haben nichts für mich.« Samson atmete einmal tief durch und erklärte dann mit der tiefen, ruhigen Stimme, die sich Polizisten und Ärzte für Nachrichten des Unausweichlichen aufsparten. »Es ist so, Martina. Ich habe alles analysiert, aber es gibt leider keine Arbeit, für die du geeignet wirst. Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass es auf das Gespräch ankommt, aber leider hast du mir damit auch nicht weiterhelfen können. Für eine staatlich geförderte Ausbildung bringst du nicht das notwendige Interesse und die benötigte Eigeninitiative auf. Das heißt, es gibt nichts, für das du ausreichend qualifiziert oder interessiert wirst. Das schließt übrigens auch die Schreibmaschine mit ein. Leider kannst du da jetzt auch nicht mehr arbeiten. »Was? Wie könntest du was sagen? Ich arbeite da doch schon vor zwei Jahren!« »Jetzt nicht mehr. Ab heute bist du offiziell in Kontemplation. »Was? Wann soll denn das heißen?« Du scheidest aus der Arbeitswelt aus und bist frei, deinen Hobbys und Vergnügungen nachzugehen oder einfach abzuhängen. Du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du versuchst nicht, einer Lohnarbeit nachzugehen. Moment mal, ich kann mich doch einfach irgendwo bewerben. Nein, das geht jetzt nicht mehr. Nachdem du der Lebensberatung zugestimmt hast, hast du dich auch verpflichtet, mit den Konsequenzen zu leben. Der Staat braucht dich nicht. Die Wirtschaft braucht dich nicht. Aber keine Angst, wir lassen dich nicht im Stich. Du bekommst monatlich nach wie vor dein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie, Arschloch! Martina sprang auf und ballte die Fäuste. Warum haben sie mich nicht vorher irgendwie gewarnt? Ich werde mich bei der Agentur über sie beschwerden. Ich werde denen sagen, dass sie mich belogen haben, dass sie mir falsche Hoffnung gemacht haben, sonst hätte ich den Scheiß doch nie unterschrieben. So ein Unsinn. Das ganze Gespräch hier wurde doch mit der Linse aufgezeichnet. Raus! Verschwinden Sie jetzt! Und damit verlassen wir Martina und Samson. Und ja, wie es weitergeht, erfahren Sie, wenn Sie das Buch selber lesen, beziehungsweise gleich gibt es ja noch ein Kapitel aus Die Optimierer. Die Optimierer.